Die fucking Company ruft an. Da gehen wir natürlich ran. Ich werde das nicht warten. Ich werde das nicht machen. Genau, wir spielen als Chris Wettfield. Und es geht genau da weiter. Ah ja. Das ist quasi eine Fortsetzung von unserem Spiel. Das ist ja krass. Also wir versuchen den Lucas Baker jetzt zu treffen. Das ist der Sohnemann der Bakers. Der einzige, den wir als Ethan nicht umgewumst haben. Der also hier noch irgendwo rumrennt. Und das wird jetzt Chris Redfields Aufgabe. Chris Redfield hat ein, ja sowas wie ein VR-Helm auf. Den seht ihr hier auch. Ist das Spiel laut genug für euch? Drei unserer Besten werden verletzt, äh vermisst. Für mich sieht dieses Headset super aus. Allerdings habe ich gesehen, als ich eben die, diese, obwohl, jetzt sieht es für euch auch besser aus, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt das soweit? Ja, sieht gut aus. Dann war das wohl eben nur verbuggt. Gut, also ich habe diesen Helm auf. Dieses Interface kann man, glaube ich, auch nicht ausschalten. Ihr seht links jetzt permanent meine Lebensanzeige. Ich habe also nicht diese Uhr, auf die ich mehr gucken kann. Und rechts seht ihr die Munition. Die hat sich jetzt automatisch ausgeblendet. Den Bereich hier kennen wir. Hier sind wir auch als Ethan runtergekommen. Genau. Dann gehen wir mal los. Hier ist das Elgato Keylight, das ich euch eben gerade vorgestellt habe. Aber viel weiter habe ich auch nicht gespielt. Nur hier einmal um die Ecke geguckt, um zu schauen, dass die Technik auch funktioniert. Ja, und ich bin mal gespannt, ob der erhöhte Schwierigkeitsgrad uns oder mir zu schaffen machen wird. Aber es fühlt sich auf jeden Fall schon wieder total grandios an, endlich wieder in VR und vor allem Resident Evil hier unterwegs zu sein. Ich habe sogar, das gebe ich gerne zu, einen Playthrough heute Nachmittag angefangen auf Nightmare. Auf Irrenhaus heißt das hier. Wie können Gegner schlagen, wenn sie taumeln? Wie geht das denn? Wie kann ich denn schlagen? Ja, wie kann ich denn schlagen? Das muss ich aber nachgucken. Steuerung. Laufgeschwindigkeit normal. Ja. Kamera VR-Modus. Ja, passt alles. Hm. Na toll. Hier kann ich doch gar nicht. Ah, da, Steuerung. Da. Die Vibration des Controllers ein- und ausschalten. Zurück. Was ist das denn für ein Quatsch? Standardeinstellung wiederherstellen. Zurück. Ne. Ja, keine Ahnung, wie ich zuhauen kann, aber es wäre bestimmt super. Äh, das hier brauchen wir nicht mehr reduziert haben. Tutorial-Nachrichten brauchen wir auch nicht. So, beim Zielen, Fadenkreuzfarbe möchte ich gerne in Blau haben. Sichtfeld-Filter. Keine. Orientierungshilfe aus. Ja, keine Ahnung. Anscheinend weiß ich nicht. Falls es einer von euch weiß, dürft ihr es mir gerne sagen. Uh. So. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir gut. Jetzt haben wir ein bisschen größeres Sichtfeld. Auch das hat mir ein unbekannter Zuschauer, der sich nie im Chat gemeldet hat, mir aber auf YouTube eine Nachricht geschickt hat. Bild flackert gerade irgendwie ganz der Kurve. Oh. Tatsächlich. Dann gehe ich nochmal in die Option und gucke, ob das hilft. Hm. Wann hat sich das eben verändert, als ich hier in den Optionen umgestellt habe? Oder hat das generell angefangen? Nach den Einstellungen hat das angefangen, ja. Und jetzt wird es gerade eher noch schlimmer. Jetzt haben wir ein vierfaches Blitz. Blitz-Sound ist auch gut. Genau, A-A-Helm hätte ich gemeint. Das stimmt. Gucken wir mal, ob es wiederkommt. Nach den Optionen, sagt Mr. X. Gucken wir mal. Hm. Das liebe ich ja, wenn wir gar kein Signal mehr haben. Jetzt ist es wieder da. Jetzt sieht es auch wieder ganz sauber aus, ne? Sagt Bescheid, wenn es wieder kacke wird. Gut. Ein Blinder sucht sein Kontor, oder? So. Vielen Dank fürs Aufmerksam machen. Also, dann suchen wir mal den Bösicht. Der müsste ja hier oben sein. Das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Ach, Quatsch. Ach, damit. Wahrscheinlich meinen sie einfach das. Ah, okay. Das Labor ist gleich da vorn. Ah, hoffen wir tatsächlich, dass unsere Kollegen hier nicht diesem Experiment zum Opfer gefallen sind. Ah, gut. Sieht noch gut aus. Was sagt der Chat? Sieht gut aus. Wunderbar. Ich fühle mich ja inzwischen fast wie ein Profi in RE7. Aber das wird einem dann ja zum Verhängnis, wenn man auf einmal rennt. Okay. Ach ja, hier waren ja, erinnert ihr euch noch? Hier haben wir diesen einen, ähm, Klapperstorch da abgeknallt, der so gut versteckt war auf der anderen Seite, da hinten. Ach, all diese schönen Erinnerungen an die schöne Zeit in Resident Evil. Eine weitere Handgranate. Hier scheinen wir nichts einsammeln zu müssen. Ach. Rat mir an, ein Storch, da ist einer von denen. Der sieht noch gesund aus. Ich gucke mir erstmal den Laptop an. Hallo. Werde dich hier rausbekommen, lass mich, ist es zu spät. Das ist nicht so. Was ist denn? Ach, das ist der Baker. Der hat dem anderen Kopfhölk gesprengt. Du folgst mir nicht und ich lasse dir deinen Kopf nicht an der Decke hüpfen. Gleiche gilt für dich und deine Soldatenfreunde. Ich hoffe, ihr könnt die Untertitel lesen. Wenn nicht, dann sagt es mir gerne. Oh, was ist das? Ich entdeckte Sporen in der Luft, Typ-E-Mutter-Gienst. Atemgerät-Modus wird... Wir haben nur noch 88. Hm... Ja, einfach hier raus vielleicht geht das? Okay. Okay, das geht nicht. Hm, wir sollen aufpassen. Gehen wir direkt hinterher. Ja. Müssen wir uns beeilen. Darf kein Vor... Oh, das ist natürlich doof, wenn man jetzt hier so rennen muss direkt. Hier könnt ihr euch noch eine Geschichte erzählen. Was haben wir da? Arznei-Spritze. 50 Prozent. Okay. Da haben wir es. Das ist ja eine schöne Mechanik. Ach, und jetzt, wo wir links eben weitergekommen sind... Eben. Das letzte Mal, als wir das Hauptspiel gespielt haben, geht es jetzt geradeaus weiter. Und hier ist jetzt ein neuer Bereich. Und wir müssen uns leider beeilen. Aber das haben sie sich ja schön aus... Ausgedacht. Dass man jetzt immer so nach vorne getrieben wird. Damit die Schocker einen... Damit man auch bloß nicht vorbereitet ist, dass es zu langsam vor sich vorgehen kann. Der nächste Raum. Mach schon. Oh, bei sieben Prozent. Da ist Ava-7 wieder bei sieben Prozent. Über E.V. Bei E.V. Wir arbeiten mit Umbrella. Okay. Umbrella sind jetzt die Guten und Chris arbeitet für die... Uff. Guckt euch mal den Raum an. Als hätte Capcom noch jede Menge dazugelernt, während sie das Hauptspiel programmiert haben. Und am Ende jetzt hier mit dem DLC... So in so einem Raum kann ich mich fast nicht erinnern. Der sieht ja total geil aus. Da gucke ich erst mal in Ruinen-Chat und gieb mir ein Glas Wasser ein. Die Untertitel verschwinden hinter dir, wenn sie lang sind, was nicht häufig der Fall ist. Ah, okay. Melee-Angriffe gehen wohl mit der Schießen-Taste. Es wird dann ein Button prompt angezeigt, wie ich das lese. Achso. Gut. Für Notfälle bist du aber noch im Voice, ne? Ich gucke ja nur manchmal in den Chat zum Nachlesen. Ja, ich bin noch im Voice. Alles klar. Ich bin nicht alleine. Ein Glück. Munition ist ja direkt... Ich kann nicht alles ins Ohr quatschen. Ja, ja. Das ist auch in Ordnung. Ein kühles Nass. So. Ich habe noch kurz an der Nase gekratzt. Dann geht es weiter. Waffe in die Hand. Aber wie schön, dass sie mein Fadenkreuz direkt für meine Kanalfarbe optimiert haben. Das gefällt mir. Dann haben wir hier. Pistolen-Munition. Hervorragend. Zehn Schuss. Das ist nicht viel. Aber wir haben auch noch das MG mit zwölf Schuss. Oder was ist das? Eine Shotgun? Man weiß es nicht. Aha. Hier ist ein Tor. Das geht sogar auf. Okay. Das wird hier unser großer Hub. Die Haupthöhle, wie ihr seht. Hier haben wir auch eine Kiste. Mensch. Arzneispritze. Gibt uns Gesundheit wieder. Dann haben wir Umbrellas Ziele. Ein Brief, der Umbrellas neue Ziele erläutert. Die wollen wir doch mal durchlesen. Also. Für viele von Ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen-Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung mit jeder Mission mit sich tragen. Okay. Was ist das? Einsatzbesprechung. Operation lauernde Furcht. Missionsziel. Extrahieren Sie Lukas Baker. Also wir sollen ihn nicht töten, wir sollen ihn extrahieren. Ey, sollen diesen verrückten Ort in Lusiana, klar, da ist Baker anwesend. Gefahrenprofil molded, Alpha-Variante. Er ist also quasi mit dem Virus so zusammengegangen. Antipersonen fallen, teilweise tödlich. Hinweise. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl an beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an dieser Mission teilnehmen. In der Nähe des Baker-Anwesens. Lukas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation, die Connections-Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Also die Organisation heißt Connections. Profil. Eine Organisation, kriminell, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist dem Baker-Anwesen präsent und aktiv. Ja, jetzt nicht mehr. Lukas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Okay. Ja, das kann ja erstmal beides weg. Das brauchen wir nicht. Wir haben eine Flinten-Munition. Okay, ist eine Flinte. Tors Hammer, AW-Modell 2. Für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte halbautomatische Flinte. Albert Wesker-Modell. Nice. Handgranate. Alles klar, und das taktische Messer. Wissen wir Bescheid. Was ist das? Oh, ein roter Knopf. Ein Clowns-Nase. Da können wir irgendwas einsetzen. So. Dann speichern wir doch erstmal. Da haben wir auch so ein großes Rätsel. Guckt euch das mal an. Da werden wir bestimmt diese Scheibe sich drehen lassen müssen. Können wir hier auch direkt hin? Krass. Wir können uns aussuchen, welchen dieser Hauptwege wir gehen wollen. Mal sehen. Geht das wieder zu? Ah, ja. Gibt es hier noch gegen? Ach, Leute. Hier sind wieder Steroide. Erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Und was ist in der zweiten? Für drei und für fünf gibt es ein Stabilisierer. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Alles klar. Also. Wieder so ein kleiner Hub. Ach, und was haben wir da oben? Guckt mal, da liegt was. Da. Ah, wie kommen wir da denn dran? So, dann gucken wir noch oben rechts. Ah, da können wir hier das dann besser angucken. Falls sich das drehen sollte. Ja, aber ich würde sagen, wir beginnen mit der grünen Tür. Es gibt grün, rot und blau. Und wir beginnen bei grün. Ah, da ist diese Clownsnase wieder. Clownsnase-Tür. Oh, ja. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Na toll. Na dann. Na toll, na dann. Na toll, na dann mal los. Hocheffizierter Filter erforderlich. Was soll das denn jetzt heißen? Das heißt, hier können wir nicht hin? Ja, das schaffen wir nicht. Da muss ich... Oh Gott. Wenn ich dann gleich keinen Schaden genommen habe, dann... Puh. Das war knapp genug. Ähm. Dann renne ich mal durch. Aber ich glaube, hier brauchen wir einen besseren Filter, wie es aussieht. Rennen, rennen, rennen. Verschlossen. Okay. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Und das schaffe ich nicht. Äh. 14, 13, 10. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oxygen, Gen. Empty. Ach, Leute. Ich war doch durch die Tür. Okay. Hier können wir nicht anfangen. Müssen wir die nächste Tür nehmen. Hiho, Scampy Joe. Tropfen Öl wäre nicht verkehrt. Ah, für die Tür. Schön, dass du reinschaust. Hier sind ja schon wieder einige dabei. Sehr schön. Sehr schön, dass ihr euch gemeinsam mit mir gruselt. Dann gehen wir mal durch die rote Tür. Ich hoffe, wir haben die... Ach, die Items gab es da ja gar nicht. Das stimmt, glaube ich, soweit alles. Hm. Ach, du liebes Bisschen. Noch am Leben. Oh, du liebes Bisschen. Oh, du liebes Bisschen. Oh, du liebes Bisschen. Keine Sorge, ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Ah, das klappt doch eh nicht. Mensch, der arme Mann. Hier haben wir also den Schlüssel, der da fehlt. Und ein Aufzug. Wir fahren nach oben, wenn ich das richtig interpretiere. Da ist ein cooler Truck. Key. Der spielt doch schon wieder, das ist wie diese Kack. Wisst ihr noch, wie er die Leute da umgebracht hat, indem er sie angezündet hat in seinem kleinen Spielchen? Genau in so einem Scheiß stecken wir jetzt gerade wieder drin. Nur im größeren Format. Alter, what? Ah. Wenigstens eine Granate hat was getaugt. Da ist der Nächste. Noch einer. What? Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. So ein Scherz. Kommen wir etwa unendlich? Zähnenschlüssel. Dreck sack. Und da fehlt natürlich die Kurbel. In bester Resident Evil Manier. Hier ist verschlossen. Das ist wieder die Tür mit der roten Nase. Gucken, ob wir wenigstens noch Munition finden. Das ist eine Pistolen-Munition. Das ist ja heftig. Da ist das Rädchen. Dann haben wir hier eine Handgranate. Kommen wir hier hoch? Noch eine. Wer verteilt denn hier eine Pistolen-Munition-Hülsen? Das kann ja nur dieser Baker-Heini sein ohne antike Münze. Cool. Ah, hier haben wir das. Sechs Flinten-Munitionen. Nice. Das bringt uns vorwärts. Es fehlt noch etwas anderes. Man. Was denn? Und wo denn? Kann ich das hier überhaupt finden? Da fehlt der Schlüssel. Gucken wir uns noch einmal richtig um. Hier ist der Schlüssel drin. Der muss runter und das... Ah, was haben wir hier noch? Nervten-Gifthandgranate. Zwei Stück. Ah, die Kurbel. Sehr gut. Sehr gut. Doch zum Glück richtig geguckt. Sound-Effekte wären nicht Kurbel. Natürlich ein Dicker. So, das lässt sich doch vielleicht clever machen. Warum ist der so schnell? Wollten wir eigentlich nur den Schlüssel holen und dann da hinrennen und unseren Kumpel retten. Ah, der ist klug. Das hat physisch weh, Leute. Wie er mich getroffen hat. Was ist hier noch für eine Tür? Ach, da kommen wir her. Ich wette, wir hätten ihn auch besiegen können, aber mir ist die Munition, ehrlich gesagt, dadurch, dass die so begrenzt ist, zu schade und wir bekamen ja das, was wir brauchten. Gut, kann natürlich sein, dass die so ein Item droppen, aber wer weiß. So, der fliegt eh in die Luft, Leute. Ich sag's euch voraus. Hallo? Was kann ich tun? Er will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder und du bist drauf eingefallen. Oh, nö. In den Filter von meiner Maske schnell. Okay, da ist der Filter. Ich bin sowieso tot. Oh, pure Tragik. Oh, nein. 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 Oh. Nimm den blöden Filter. Nimm schon. Hallo? Ja, okay. Mhm. So. Oh, aber davon haben wir jetzt nur zwei. Okay. Die scheinen sich abzunutzen. Und hier ist jetzt sonst auch nichts drin. Gut, wir wissen ja, wo wir den gebrauchen können. Oh, das war ja schon wieder... Ich dachte halt, vielleicht gab's da eine Möglichkeit, ihn zu retten, weil diese Maschine anging, aber dann... Deswegen hatte ich drauf geschossen, aber so im Nachhinein, denke ich, das war Quatsch. war nur eine vergeudete Munition. Ich könnte es nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Ja, ich verstehe. Hertha-Fakka-Unternehmer025 und ich... hohii. Wenn's zu dunkel ist, sag Bescheid, dann mach ich das Bild heller, aber ich hab das Gefühl, ihr seht genau das, was ich auch sehe. Also 025 hatte ich auf jeden Fall den Schreck. als ich den Schaden gekriegt hab, weißt du, als der Dicke zugeschlagen hat, während ich vorhin weggelaufen bin. Das war schon sehr unangenehm. Wo ich gesagt hab, dass das physisch weh getan hat. Weil das so richtig so im Rücken... So, wir haben sechs Pistolenschuss... Sind wir hier eben auch runtergegangen? Ah ja, richtig. Da sind wir. Muss man geölt werden. Kann ich mich noch dran erinnern. Wo ist mein Wasser? Wo waren deine 0,25? Ah, bei dem Dicken hast du dich auch verjagt, ja. Also, wir haben jetzt den Filter. Dann rennen wir mal durch. Ah, cool. Jetzt geht das gar nicht weg. Das ist natürlich nice. Das jetzt können wir in Ruhe erkunden. Da scheint auch was zu sein, was wir finden müssen. Handgranate. Ah ja, und da kommt jetzt ein Gegner. Los! Nicht beschädigt? What? Die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Och, toll. Eine Granate. Na gut, das ist eigentlich noch okay. Ich glaube, da ballern andere ganz andere Geschichten rein. Okay. Das doofe ist, wir wurden einmal getroffen. Das heißt, wir müssen uns einmal wiederbeleben. Einmal heilen. Okay, dann gucken wir in den letzten Raum. Was anderes bleibt uns ja fast nicht mehr übrig. Wir brauchen Ramrods, um da weiterzukommen. Brot sollten wir bis auf die Tür, die den Clowns, die die Clownsnase hat, ja ziemlich durch sein. Die eine Münze haben wir auch gefunden. Fünf brauchen wir da für den Stabilizer, aber ich glaube, ich nehme das mit der Gesundheit für drei. Nachtsichtgerät erforderlich. Are you kidding me? Was soll das denn jetzt bedeuten? Wo sollen wir denn dann jetzt hin? Hier sind die beiden Sachen. Hier brauchen wir ein Nachtsichtgerät bei blau. Bei grün brauchen wir Ramrods. Und oben war der Gegner. Müssen wir den jetzt echt umballern? Vielleicht geht die Münze. Oh nee, ne? Habe ich gerade alle meine Munitionen, meine Pistolmunitionen auf denen geballert? Keine Schuss mehr? Mist. Der Filter ist also eine Art Schlüssel, um weiterzukommen. Die Ramrods, eine zweite. Genau, die Münzen gehören in die Käfige. Was sagt ihr? Soll ich den Dicken umjuppen? Ah, die letzten Pistolenschüsse hat er gekriegt. So ein Mist. So ein Mist. Ich meine, wir können notfalls laden. Wir wissen ja jetzt, dass wir da nicht weiterkommen und hätten dann ein bisschen mehr Munition. Mir fällt nichts anderes ein, als da jetzt den Endgegner umzuwuppen. Mann, der Arme. Ich würde das jetzt einfach mal probieren. Wenn das nichts bringt, dann würde ich auch laden. Weil wenn wir dann in zwei Gegner so viel Munition gepumpt haben, die sie nicht gebrauchen können, dann ist das ganz klassisches Resident Evil Gameplay da, seinen alten Spielstand zu laden. Das ist in den alten Teilen auch so. So, Dicker, wo bist du? Ach so, vielleicht oder geht hier dann noch was? Nee. Aber man sieht Sachen. Okay. So, dann ballern wir mal 20 Munition auf Mr. Big Shot hier. Wo bist du? Da ist er. Jesus. Der auch. Den kann man gar nicht kaputt machen. Die sind beide so. Moment. Hilft da eine Granate? Na toll. Äh. Nerven-Gifthand-Granate vielleicht? Vielleicht. Wie bist du denn jetzt? Stinkendes Ding. Nee. Brauche ich den? Rrrr. Dahin kommt man später auch noch weiter. Wie soll man nicht rauchen? Aber das ist ja gut zu wissen, dass wir auf ihn nicht irgendwie schon vorher... Gut. Also laden. Habt ihr irgendeine Idee, wo ich gucken kann? Die Pistolen-Munition einfach so weggesteckt. Mama molded. Die Mama molded kann nicht mit normalen Angriffen getötet werden. Halten Sie Abstand, während Sie Ihre Erkundung fortsetzen. Okay, ja. Hm. Heftig. Okay. Gut. Was wir natürlich noch machen können, ist hier versuchen, dran vorbei zu... äh... rennen. Rückzug heißt ja nicht... Komplett, weil was anderes fällt mir gerade echt nicht ein. Wenn wir jetzt hier nach rechts gehen, oder nach links, schlossen. Ach, zu Kacke. Das hat schon mal geklappt. Ohhh. Alles gut. Okay. Werfen, Gift Ich wusste sogar, dass du es machst Ich wusste es da hinten, dass du es jetzt machst Als ich schwer geatmet habe, habe ich gedacht Das nimmt die doch garantiert als Vorsteilvorlage Und dann ist es so eklig, als ich die antike Münze sehe Und einfach nur looten möchte Die tat weh Oh Gott, ich renne einfach rum Ähm, okay Das war vielleicht nicht so klug Kannst du zumachen, auch wieder die Tür? Ich glaube schon, dass ich hier entlang muss Ist es nur so Flammenhandgranate Was soll ich mit den ganzen Sachen, wenn ich nicht Mich wehren kann? Ah Antiregenerationsmunition Ramrod Bam Mit den Ramrods solltest du die weißen Varianten erledigen können Gut Okay, das lese ich gleich durch Jetzt kriegt Nehmer erstmal ihr Fett weg Oder wer war das? Plusmit Ein kurzes Maulweh Wenn Plusmit gerade da ist, muss ich dich erschrecken Das war der Grund Plusmit 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 Du ist schuld Du hast schon verstanden, dass Nehmer dir die Schuld damit zuschieben möchte Plusmit Sorry Du hast auch Schuld Wieso bist du eigentlich nicht im Stream Plusmit Was los? Ach nee, du hattest ja gesagt Du hast keine Zeit Du musst dann kurz nachschauen Also das Spiel ist super geil Noch Resident Eviliger Muss sagen Der DLC ist super cool Vor allen Dingen Diese Passage war jetzt der Hammer Dass man echt da vorbeilaufen musste Wie irre Und man wird immer so getrieben Man wird vom Spiel jetzt ganz fies Nach vorne Geschubst sozusagen In den Horror rein Also So gemein Das gibt's gar nicht So Jetzt haben wir die Munition Aber Leute Diese Munition vom Typ Ramrod Rapid Acting Mysotoxic Rounds Beziehungsweise rasch wirkende Mycetoxische Kugeln Wurden speziell für den Kampf gegen Fungusbasierte Biowaffen entwickelt Die Kugeln setzen beim Aufprall ein Toxin frei Das nicht nur rasch Zellmembranen von Fungi zerstört Sondern auch die Regeneration von verlorenem Gewebe verhindert Ein Schuss allein genügt Um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen Alles klar Was haben wir hier noch? Arzneispritz Ein Nachtsichtgerät Bäm Night Vision Device Equipped Nachtsichtgerät Head Mounted Display System Ja Okay Da wissen wir alle was das ist Jetzt ist aber die Frage What Das ist ein Scherz Eine Kugel Von diesem Quack Eine Kugel Dafür habe ich mir das Herz weh getan Dafür hat neben mir das Herz weh getan Wie komme ich denn jetzt überhaupt vernünftig zurück? Ich muss mir die Karte mal angucken Also Raum für Hilfsgenerator Und dann ist da rechts ja noch was Und da ist auch noch was Und da ist auch noch was Das ist ja der Das ist ja unfassbar Was wir hier Alles gemacht haben Das ist die Tür die verschlossen ist Die wahrscheinlich auch Die war auch zu Krass Und wo kriegen wir die andere Ich gehe also raus Und dann rechts Eine Kugel Leute Das ist doch Das ist doch nicht normal Hinten Munition Also auf Ich wette auf Easy Hätten wir jetzt 6 Oder so bekommen What Ist das Ist auch so krass dunkel Äh What Ah Nachtsichtgerät Geil Wie sich das automatisch angestellt hat Aha Flammenhandgranate Sollen wir da jetzt schon runterspringen Oder wollen wir da noch erkunden Flammenhandgranate Hm Wenn ich zurückgehe Anscheinend konnte man hier Wahrscheinlich eh nirgends Großartig durch Das war wahrscheinlich linear Boah Danke Plusmit Dir auch viel Spaß Bei allem was du heute vorhast Ein Schuss reicht Also darfst du jetzt auch noch Munition managen Und hin und her wechseln Und die gute Zu sparen Achso ja Und genau Oha Du hast sogar nur eine Aber Weißt du Noch wie häufig du mich In CSGO getötet hast Ich glaube Ich habe doch ein paar Schreie gut What Frechart Das war schon cool Ich erinnere mich In diesem schönen Office Komplex Auf 50.000 Meter Entfernung Du wusstest gar nicht Wie das geschah Das war gut Das konnten wir mal wieder spielen Hier danach Um Dann fühle ich mich wieder besser Ich habe gehört Da kann man jetzt auch Fuck you Fuck you very very much Abspielen Kann doch nicht mal die Melodie Mal vernünftig Peter wir müssen das unbedingt spielen Aha Wir machen hier die Generatoren an Na toll Keine Ahnung Wie hier die Kombination sein soll Wann sind die Sachen denn Eigentlich sind sie doch an Wenn alles unten ist Oder Das war richtig Glaube ich Bei drei Sachen kann man in Videospielen ja immer Raten Kanalisation sind wir jetzt In jedem guten Resi eine Kanalisation Diese Viecher denn jetzt wieder her Kranke Musik Ah man muss warten bis sie Ringen Oh zwei mit einem Ich glaube es kommen unendlich viele Gut Dann Warten wir hier doch mal Auf den Aufzug Ah Dieses Spiel Aber witzig Ah ok Jetzt sind wir wieder hier Wo wir vorher auch nicht hingekommen wären Das war die Kanalisation Jetzt geht es gerade aus rechts Die eine Arzneispritze benutzen wir direkt Habt ihr das Quietschgeräusch gemacht? Ah noch eine antike Münze Jetzt haben wir schon drei Leute was wäre Was wäre wenn wir in Wirklichkeit Sechs von diesen guten Munitionsdingern haben Und nur eine normale Können wir das wirklich überhaupt erkennen? Aber die eine hat dieses Sondersymbol Das wird schon wahrscheinlich die eine sein Arzneispritze Nehmen wir den jetzt Hauen wir den um Nein Nein Au Der haut halt auch gleich gut rein Ich hau den jetzt weg Okay Ein Schuss hat gereicht Aber jetzt haben wir schon wieder Keinen Schuss mehr davon Selbstschussanlagen Ich glaube ich spinne Oh ne ne Aha Sind Laser Quasi wie diese Laser fallen Nur auf Körperhöhe Nur auf Körperhöhe Nur auf Körperhöhe So Trollen dazu Bom 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 Ob hier kommen wir raus Jupp Na toll What Wer hat die denn jetzt Dahingestellt Ja ich würde ihn dodgen Und den anderen mit der Spezialmunition Ausschalten Ja Du hast recht Und da habe ich auch dran gedacht What Tot Na jetzt haben wir es eben Anders gemacht Das ist jetzt eben so Hilft ja nichts Sag ich da mal What Wenn wir eine Granate finden Kann es sein Dass wir vielleicht Eine Granate Dahinschmeißen Müssen Loser Sehr schön Der kam wieder sehr schön In mein Hirn Geschmeichelt Handgranate Handgranate Meint er das könnte Hilfe What Helfen Das war einfach nur ein dritter Krass Ja okay Ja 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 Alles klar Dann kann ich jetzt auch die Granate werfen Naja War tatsächlich was man machen musste Fuck you Warum ist das verschlossen Und wie kommt man da rein Naja Vielleicht mit dem Nachtsichtgerät dann Den Schlüssel haben wir Immer noch nicht Da hatte man ja auch Gar keine Chance Irgendwas zu machen Ja Wer hat eigentlich Loser gespielt Das war doch bestimmt Mini-Me Oder Ich hab's nicht gesehen Das steht in meinem Chatverlauf Leider gar nicht mehr Gut dann gehen wir mit dem Nachtsichtgerät 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 Jetzt nach oben Ist das schon Speicherungswürdig Ne ne Wir machen so weiter Da hinten ist Oh What Eine 0,25 bitte Für die Druckplatten mit Feuerausspuckung Muss man auch erstmal Drauftreten Damit man weiß Dass man da nicht drauf darf Windmunition Pistolenmunition Und eine antike Münze Hm Jetzt würden wir doch Vielleicht den Stabilizer Hinkriegen Wenn wir weiter so gut Die Münzen finden Wir haben jetzt glaube ich Schon vier Ne ja Was ich auch Nicht vergessen sollte Ist Dass wir diese Hm Wir haben halt viele Handgranaten Das ist schon nicht schlecht Das ist schon nicht schlecht Hier braucht man Dietrich Echt nochmal so ein ganz kleines Resident Evil Abenteuer Haben sie cool gemacht Also wer in die Laserfalle Rein rennt Der weiß wohl nicht wie Resident Evil Gespielt wird Was ist da noch Das ist noch so ein Draht Das ist schon fieser gewesen Und jetzt kommen wir hier vorwärts Leute ich sag's euch Die Soundeffekte Die Soundeffekte sind so gut Eben ging wieder das Nachtgesicht Äh Nachtgesicht Gerät Nachtsichtgerät aus Bisschen wenig was in den Kisten ist Ja Finde ich auch Das Soundalertbot Ist aber auch nicht mehr In der Liste der Chatteilnehmer Zuschauer angezeigt Achso Krass Dann muss ich da mal gucken Wie das vielleicht wieder geht Scampy Joe Mach's gut Gute Nacht Äh Falls du es zu Ende gucken willst Später das Spiel Ähm Das Video sind drei Tagen Dann auf YouTube Hm Das ist schon offen Also hier ist doch garantiert Irgendwas Wenn schon Wenn schon alles mit diesem Gelben Dings Achso Bedeutet nur Wir können ihn anschubsen Oh What What Das Ding ist einfach explodiert Von der anderen Seite Verschlossen Jetzt geht das einfach zu Das auch wieder auf Ja Wenigstens das Hier sind Schienen Und da sind doch Blaues Tape Jetzt Äh Wichtig ist das Ah Sieht mir nach einem Endkampfraum Oder so aus Diese ekligen Puppen Oh ne ne Es ist echt alles so ein Trickding Wisst ihr noch die Balance Aber okay Aber okay das hier kriegen wir ja hin Das ist Das ist hier ein Zelda Rätsel Im Endeffekt Der wird erstmal weggetreten Dann wird der hier noch zur Seite gemacht Hallo Du kannst da explodieren bitte Dann können wir dieses hier da durchschieben Liebe Ballons Und dann der große Schrecken Und einmal Lose Hier geht es weiter Dann wollen wir erst nochmal gucken was da ist Was passiert wenn wir hier noch hinterher treten Ach nix okay Ich dachte hier ist vielleicht auch irgendwas Aber Hier ist doch garantiert noch ne Münze oder so Wenn wir hier nicht einfach gar nichts haben Gar nichts Leute Was ne dreiste Wurst Na dann Ja dann geht es hier weiter Leute kennt ihr den noch Das ist nicht der Typ der geschrieben hat In dem anderen Rätsel Ah okay Hier kriegen wir garantiert jetzt den Schlüssel Michi 1 Zelda 0 Hallo Alex Schön dass du reinschaust Ach ja Die Ballons erinnern mich an meinen ersten Schrei In Erinnerung Ja schön Alex dass du reinschaust Wir sind wieder in Resident Evil Diesmal in den Add-ons Und die sind nicht minder gut Muss ich sagen Sehr schön erdacht Und leider sehr gruselig Blinden Munition Arzneispritze Gut dann nehmen wir die direkt wieder Jetzt habe ich es wieder die Tonfolge Ist auch gar nicht so leicht Wenn man so richtig machen will Ich will nie zu dem blöden Clown Irgendwas packt mich bestimmt Ich habe es sogar gehört Dreh mich so mega langsam um What Was bist du jetzt so ein agiles Kackvieh Du Arsch Wer war das denn Das ist viel zu günstig Das ist Warum ist Horis Das wird das einfach Ist gar nicht günstig Aber das war gut Michi Moin moin Der war gut Ich dachte schon Das ist so günstig Das muss ich unbedingt teuer machen Oder so Das ist ja auch super fies Wenn das kommt In so einer Clown Szene Aber das war ja gar nicht günstig Vielen Dank für den Support Der war echt gut Der war echt gut Hiii Kriegen wir einen Copyright Strike von Das war auch zu einfach Sich den einfach zu nehmen Und dann dachte ich so Irgendwas passiert Das kann nicht nur das Lachen sein Und dann gucke ich seine Animation so zu Kommt da dieser Supermann Assi her Aber wir haben zum Glück Keine großen Schaden Davongetragen Arschloch Ah Hier ist noch ne Münze Ha Haben wir schon Fünf Sehr gut Das reicht für den Stabi Oh Eine Silber Medaille Na geil Ja toll Also das ist echt krass Dass wir nur eine Von dieser Munition Gekriegt haben Finde ich Wahnsinn Wahnsinn Also Alex für dich Als Erklärung Wir haben Für diesen Typen Den wir jetzt gerade Ausweichen mussten Extra Munition Gekriegt Aber nur einen Schuss Und von denen Laufen hier halt Mehrere rum Das sieht aus Als könnten wir Damit später fliehen Oh nö Laserschranken Und was ist das Das ist wieder So doof schräg Okay Ah da ist wieder Der Ist das ein Kumpel Von uns Oder was Der ist auch schon Tot man Laser Laser Das sieht eigentlich aus Wie so ein Ding Wo wir den Dietrich brauchen Hier würde ich gerne Speichern Aber geht ja jetzt Auch gar nicht Tja Den können wir Garantiert nicht retten Aber Für das Spiel Werden wir es Versuchen Müssen Da war ich Ein bisschen Übermütig Was zum Du darfst jetzt sterben Chris Ähm Kann ich bitte weggehen Ich bin echt tot Was muss man da denn machen Was muss man da denn machen Wie immer sagt gerade Der Schattenwurf Auf deinem Hemd Sieht aus Als wärst du vor Angst Durchgeschwitzt Achso Ähm Das stimmt Aber Ist nicht so Aber der Greenscreen Ist gut jetzt Ne Ist sehr sauber Finde ich Durch dieses Elgato Keylight Ein bisschen besser geworden Ähm Er hat den Schuss Schon oben verbraucht Genau Ja 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 Würde ich auch Behaupten Pst Louis Witzig Ähm Was machen wir denn jetzt hier Das ist ja ein Problem Leute Was ich machen kann Ich kann hier vorher drauf schießen Loser Die Bits spare ich euch Also ich kann doch nicht interagieren Das war doch eine selbst ablaufende Sequenz Nicht Also ich kann nicht einfach nicht X drücken Das kann ich versuchen Aha Ja Erst den Strom ausmachen Könnte helfen Okay Ja Aber das Alter Das ist doch gemein Das Da kommt doch keiner Vorher drauf Marquez Bist du noch bei uns Du bist es Danke Ich dachte schon Ich wurde zurückgelassen Aber wir kommen hier raus Das wäre schön Das wäre geil Das ist ja geil Das wir hier einen gerettet haben Und jetzt denke ich aber Konnten wir vielleicht doch Alle drei retten Wir müssen hier raus Wisst ihr wie ich es meine? Vielleicht konnte man die anderen doch retten Ich konnte ja kurz schießen Ich bin als Das ist ein Kack-Soundeffekt Hier drüben Da oben kommen wir raus Hier drüben Da oben kommen wir raus Nein 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 Okay wir können doch niemanden retten Ich weiß nicht wie es dir geht Christopher aber ich bin echt leid von Spiechen zu spielen In einer Minute Ich bin sicher Aanche Horne Ich bin Chris Ich bin Ich bin Es Ich bin Es Es Ich bin Ich bin Das ist eine gute Nachricht. Ah, ich soll die Bombe mit... Ah ja, wir haben ja den Raum jetzt, den Schlüssel. Cool. Supergeil. 025, ja. Das passt. Der wird auch gleich noch sterben, sag ich ja. Ja, Mini hat auch viel gute Spielerfahrung. Aber das andere hätte ja durchaus auch sein können, so als Spielelement, wüsste? Also, dass man dann doch irgendwie alle retten kann, so ganz knapp. Die sich dann hier ausruhen in dem Hauptding. Keine Munition verschwenden. Okay, gleich kommt der Dicke. Musik ist schon wieder mega cool. Pro-Gamer, Leute. Pro-Gamer. Das ist echt wie so ein Escape-Raum, wenn man dann auf einmal so schnell handeln muss. Okay, da komm ich durch. Ach, scheiße. Links oder rechts? Ne, man macht's aber nicht zu fies, wenn ich... Wenn ich zu krass drauf bin. Da ist noch... Ach, scheiße. Jetzt habe ich die andere antike Münze nicht benutzt an dem Hauptraum. Nervengift. Ah! Noch so ein Ramrod. Cool. Wenigstens einer. Eigentlich möchte ich nämlich noch nicht sterben. Ich glaube, wenn du mich hier triffst in so einer Situation... Ah, noch ein Ramrod. Geil. Und hier... mehr Flinten-Munition. Okay, gleich da vorn. Oh, jetzt haben wir sogar sieben Schuss davon. Das ist natürlich nice. Ah, da ist er. Da lassen wir uns jetzt noch die Zeit. Nehmen noch die Flinten-Munition. Mit. Eigentlich müssten wir ja auch noch irgendwo einen Dietrich finden können, ne? What? Eat shit. Oh! Ihn hätten wir gerade gar nicht besiegen können. Hätten wir gar nicht genügend... Munition. Und... What? Ouch! Der ist jetzt endlich tot? Der ist jetzt endlich tot? Der ist jetzt genau der Rettbote. Der war jetzt klar. Der ist jetzt neig. Der ist jetzt nur ein ganzes Gym. Der ist jetzt cool. Es ist einfach gar nicht, ne? Der ist jetzt einAA-melder Albert. Der ist jetzt neig. Der ist jetzt nicht gefallen. Das war jetzt nicht. Der ist jetzt neig. Wir haben noch ein paar Jeeesusschrist. Wo soll ich dich denn treffen? Jesus Ich glaub das war's 2 Minuten, kann ich eigentlich nur looten Das war irgendwie kein besonders guter, effizienter Kampf Oh Gott, und jetzt muss er seine Geht nicht seine Hand Dabei vollkommen verfrostet Okay Okay Lukas, nur noch du und ich Ja krass Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnel Vielleicht probier da reinzukommen und schau nach Jaja, jetzt ist das, was wir da machen sollen, was ich gesagt hab Mit dieser Scheibe das zu drehen Also auf jeden Fall mehr Lebensenergie Wir haben noch eine Heilung Oh, nur noch 15 Schuss Torshammer Ein Schuss nur noch vom Oder wenn überhaupt Zwei Schuss nur noch Oh, das ist natürlich echt schlecht Tja, muss ich den Endgegner wohl mit dem Messer erledigen Aber wie viel hat der denn auch genommen? Das war so krass Das war echt Heftig Ich hab ja Zeit Sehr gut Ich hab ja euch Da spielen wir nochmal Badumts Das ist schon echt zum Kotzen Oh, Mr. X hatte kein Vertrauen in mich Schön, dass ihr Spaß habt Sehr gut Mir tut mein Mikro heute ein bisschen hinterm Ohr weh Aber davon ab Ist alles super Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir es jetzt noch schaffen können Wir haben natürlich auch clevererweise nicht gespeichert Was ich vielleicht mal hätte machen sollen Moment Das hier geht garantiert dahin, was wir sehen konnten Hier ist noch eine Münze oder irgend so ein Kack Ach nee Hier sind wir Nee, da muss ich nur wirklich nicht hin Danke Okay Hier haben wir uns durchgeballert Das ist das Alles klar 15 Schuss Und Gut, wir haben zumindest noch eine Granate Und von der Lähmungsgeschichte viel Aber die Lähmungssache hätte uns ja auch nicht geholfen Muss man auch mal ganz ehrlich sagen Ihn da zu leben Das ist so, ich hab halt auch immer Habt ihr das auch so gesehen? Das sah so aus, als könnte ich ihn wieder nur verwunden, wenn ich nochmal draufgeschossen hätte Und ich glaube, das war aber ein Trugschluss Ich hätte ihn wahrscheinlich Direkt wegballern können Ohne nochmal mit der Pistolen Mit den guten Ramrod Geschichten drauf zu hauen Hier ist immer noch eine Handgranate Ganz nett So, wie viel haben wir? Sechs Zwei haben wir nicht gefunden Dann nehmen wir trotzdem hier den Stabilizer Einfach, weil wir cool sind Ah, Steroide Cool, die nehmen wir auch Hehe Gut Warum wir überhaupt eine Kiste haben hier in dem Abenteuer Na gut, um die blöden zwei Sachen da abzulegen Die Münzen können rüber Und den Rest behalten wir im Inventar Ist ja ganz klar Dann wird hier schön Ah, ich hab doch gespeichert Ah, sehr gut Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Können mit dem Schatten gemacht? Hm. Wird wohl gar kein Rätsel. Können wir direkt hinter gehen. Willkommen in der Bohrmaschine, wo bereits eine Flintenmunition auf sie wartet. Oh, Handgranate, Arzneispritze, Arzneispritze, Flammengranate. Vielleicht kriegen wir ja noch gerade so genug, um den Endkampf schaffen zu können. Hallo, kann mein Ding mal angehen? Ich seh nix. Christopher war immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Danke. Tom. Oh, Mann, was ich jetzt hier gerät? Oh, Mann. Oh, Mann! Oh, Mann! 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 Bramrod? Hast du dir so gedacht? Dann kann ich denn endlich hier runter? Du bist so gut, vielleicht hast du nur Glück. Ein Schuss noch, Leute. Langsamer. Ja, nichts. Ich habe keine Munition mehr, Freundchen. Ich gucke nur wegen Munition hier. Toll, natürlich nichts. Rein gar nichts. Lass mir Ruhe, Alter. Ich werde sie wohl besiegen müssen. Ja. 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 Hier waren doch eben noch Sachen. Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja. Okay. Hä? Ja. Täck dir. Ja. 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 Daach du dich. Ja. Ja. ja krise ja 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 er wird woanders gebraucht doch um schon es spannend Aber ich hoffe, wenn ich jetzt noch irgendwas machen muss, dann ist das mit meiner Munition nichts zu schaffen. Und wenn doch, dann war es das perfekte Spiel. Weil es bis auf die letzte Patrone alles braucht hat. Und die letzte Granate. Wir haben genau, okay, wir haben zwölf Flinten Munition jetzt noch gefunden, aber ansonsten noch zwei Ramrod und ein Nervengift. Drei Ramrod und zwölf. Gut, dass wir schneller nachladen können. Wir haben eine E-Mail abgefangen. Oh nein, ich befürchte echt, wir müssen uns den noch schnappen. Aber Leute, wie cool. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wer das wohl sein könnte, mit dem wir hier sprechen. Und ja, es gibt ja einige weibliche Protagonistinnen. Vielleicht ist ja davon eine auch noch da. die wir dann hoffentlich in Resident Evil 8 wieder sehen und die jetzt hier quasi enthüllt wird. Wo kommen wir an die Dietrich hier bitte ran? Wo sind wir denn jetzt? Forschungseinrichtung, Leute, ist noch nicht vorbei. Wenn wir jetzt noch mal jede Menge Munition finden, haben wir noch was vor uns. Zwölf Minuten nach Dosis, Klassifikation der Zellen. Na geil. Da sind noch zwei von diesen Heinis. Okay, ich nehme meinen Kommentar zum Finale zurück. Erinnert mich an Portal, dann haben wir sehr unterschiedliche Erinnerungen an Portal. Nehmen wir also Portal 2, wenn wir in die alten Labore kommen. Ja, stimmt. Die Single-Player-Kampagne von Portal 2, da hat es ein bisschen was von. Ich glaube, da wären immer mehr Monster gekommen, bis die Muni alle ist. Hm, das weiß ich nicht. Meinst du? Hm, ich meine, möglich ist alles, aber das wäre schon krass. Ein krasser Design-Kniff. Das wäre, wenn du ein Spiel programmierst, Alex. Was haben wir hier? Ein wunderschönes Foto. Oh, halt! W-M-001. Ah, das ist echt noch nicht vorbei, ich dreh durch. W-M-001-A. Oder das ist nur die Klassifikation. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir hier noch Weapons Development Programs. Hier haben wir wieder hier Evelyn. Ah, ne. Da sind bestimmt die geilen Items drin, die ganzen Dietriche. W-M-007. Ne, W-M-002. Hier saß er dran. Da ist das Clowns-Ding auch drin. Von hier hat er die Nachrichten geschickt. Du bist der Lucas. Ja, also da könnten wir rein. Aber wer wäre so blöd, das zu machen, ne? Lass uns mal reingehen. Wenn das mal nicht eine Kammer ist. Aber schöner Effekt. Ich geh mal nochmal raus. Wollte hier noch die Treppe hochgehen. Oh, what? Ist das nicht der Tyrant oder sowas? Der sieht noch sehr lebendig aus. Danke schön für die 0,6. Du Arsch. Man wusste es, ne? Aber es war trotzdem. Ich hab die Schnauze voll. Ich lese jetzt einfach voll von diesem Lucas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn? Das gibt's ja echt nicht. Wer bin ich? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesem Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum. Lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank. Er weiß nichts über das Potenzial des E-Serie-Mythamycets. Beim nächsten Meeting mit dem HQ werde ich das Verhalten melden. Ja, was finden wir? Zwei Handgranaten. Ich finde nie im Leben genug Munition für das, was jetzt noch kommt. Nie im Leben. So viel Resident-Evil-Erfahrung habe ich eigentlich auch, dass wenn's dann immer so richtig leer ist, dass es dann auch nicht mehr ganz reicht für das Ende. Beziehungsweise es reicht ja. Es gibt genug, die das nur mit dem Messer schaffen. Aber zu der Sorte gehöre ich dann nun auch nicht. Gucken wir mal. Pistolen Munition. Aber jetzt wieder acht. Immerhin. Ich hab vor allen Dingen auch nur eine Heilung. Dabei fand ich, hatten wir das gar nicht schlecht gemacht gerade. Äh... Okay. Da ist was. Ähm... Ich finde, wir hatten das gerade gar nicht schlecht gemacht bei dem Endkampf. Das war eigentlich okay. Keine Stromversorgung. Hallo! Lukas, da ist er ja. Ob der uns sieht. Kann ich schießen? Nee. Da ist Strom. Hört ihr das auch? Mini-Me? Machst du dir einen Scherz? Nein, ich bin das nicht. Habt ihr das auch gehört? Jetzt ist es vorbei. Okay. Gut. Bin ich zumindest noch nicht verrückt. Da ist es wieder. Das scheint Lukas zu sein. Na gut, dann geh ich aber doch da unten erst einmal durch. Ähm... Weil hier scheint es dann weiter zu gehen. Oh, die Gaskammer finde ich halt doof. Hab jetzt auch kein... Vielleicht muss man dann wieder... Wahrscheinlich stirbt man jetzt hier und dann heißt es... Oh, du konntest da ja gar nichts machen. Na, 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 na. Musst ihn erst finden. Okay, wir kommen durch. Okay, da sind jetzt die zwei. Hm. Das ist eine Irrenkammer. Da. Shit. Das ist eine Irrenkammer. Das ist eine Irrenkammer. Das ist eine Irrenkammer. Nichts. Pfff. M- Mein Schrei ist aber auch einfach zu... Nein. Daneben ist einfach zu krass. Der wird jeden immer erschrecken wie irre. Danke, Nehmer. Danke Der kam aber so viel zu spät Ne kam er, also Wie du es nimmst Der kam gerade in diese Typen Arzneispritze Hier haben wir die Guck mal, kennt ihr die noch? Die sind aus dem Hauptspiel Und hier ist Ja, er will ihn halt Krass Ah, hier ist noch Ramrod Munition Aber es hat sich dann überhaupt nicht Gelohnt hier hin zu kommen, hier gab es ja nichts Hier gibt es keinen Schlüssel Ich hätte mir nur verballert Das ist total sinnlos gewesen Hier rein zu gehen Sehr krass Also, es sei denn, man will halt unbedingt sehen Wie es um den so geistig Bestellt ist Krass Heftig Da habe ich jetzt was übersehen Alex, hast du eigentlich Das Let's Play nachgeguckt? Wenn dir das hier gefällt Da hast du einiges Hast du einiges angucken Das ist sehr, sehr cool Das Hauptspiel Okay Also hier hat man echt nur Munition verschwendet Das ist ja heftig Da hat man ja nur die eine Patrone gefunden Und hier gibt es echt nichts sonst Das ist auch fast so ein kleines Ho-hi, was ich da mache Ho-hi Na, da wollen wir mal den Strom anschalten Von mir aus kann es jetzt auch vorbei sein Dann war es ein Super-Edward Nur so einen mega fiesen Endkampf Das ist echt die Hölle Hallo Hat er echt nochmal abgeschlossen? Nein Das war ja krass Ich bin gerade so hier reingerettet Naja, es kommt noch ein Kampf, Leute Ich habe alle Connections-Forscher umgelegt Uff Die haben ihre Nasen in Dinge gesteckt, die sie nichts angehen Als sie dachten, ich schaue ihnen nicht hin Aber ich wusste genau, was die treiben Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen Also habe ich sie in einen Käfig mit ein paar Moldet geworfen Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann Wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen Ich bin der Einzige, der Evelyn's Schimmelpilz gut nutzen kann Fun Fun Diary Hier ist jetzt ein niedrig Das ist doch ein Scherz Donnerstag gesendet Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen Aber ich habe mich darum gekümmert Sende jetzt die E-Daten Sollte nicht lange dauern Wenn das fertig ist, bin ich raum Warte, welches Datum? 20. Juli 2017 Sechs Tage vor meinem Geburtstag Ja, rennen wir mit dem Dietrich jetzt noch zurück Auf jeden Fall mache ich einen neuen Sprecherstand Da stehe ich in meinem Alter nicht mehr durch Ne, weil ich schicke die Notarztrechnung Du auch? Mia und Evelyn sind die Puppen, ja Wenn mich die Schimmelpilze einer Frau interessieren, solltest du ein Gespräch mit einem Psychiater suchen Ja, das sollte dieser Typ tatsächlich Ähm, was sagt ihr denn noch? Zumindest zurückrennen und einmal in diesen einen Dietrich-Geschüssel gucken? Entriegelt Moment, wo sind wir denn jetzt? Äh Ah Dann machen sie es wenigstens so nett, dass wir jetzt mit dem Dietrich hier schneller hinkommen Wenn ich das richtig verstanden habe Ne? Ja Wahrscheinlich kommen wir auch nicht ganz zurück Einen Dietrich haben wir Oh Wow Wow Wie gemein Auch nur Ramrod-Kacke Der hat mich auch nochmal verjagt da Alles klar Wir haben vier Ramrod und acht normale Neun davon eine Handgranate Hier packe ich das Messer schon mal runter, damit wir es schnell reinhauen können Und zwei Granaten Das wird nie im Leben reichen Half-Life 2 lässt grüßen Ein Troll-Turret, ja Ist bestimmt die Überwaffe drin, ja War die absolute Überwaffe Eindeutig Na dann, gucken wir mal Ah, Moment Wie musste ich das nochmal machen? Mit der Granate, ne? Noch Flinten-Munition Aha, ja Gut, hier Hier ist er jetzt, der Endkampf Da kenne ich Resident Evil gut genug Oh, hier kriegen wir aber nochmal gut Munition Okay, Flinten-Munition haben wir genug Arsch-Wixer Sorry, sorry, sowas sagt man aber nicht What? Er ist aber auch ein Arsch Und ein Wichser ist er einzeln auch Nur zusammen war es vielleicht ein bisschen hart Jetzt mutiert er noch Ich bin ein Arsch-Wixer Na, was sehen wir? Aha. In der nächsten Episode von VR-Stadt RL Okay, die Munition haben wir schon mal komplett aufgesammelt. Okay. Autsch. Mhm. Also, das war Resident Evil, das erste Add-on. Bei dem Add-on haben sie aber ganz andere Register gezogen als beim Hauptspiel. Wie meinst du es genau? So viel zu lebend? Ja. Na gut. Will ich mal nicht so sein. Ja. Habe ich denn die Sachen jetzt wenigstens alle? Die Munition? Nee. Hä, wieso ist die Munition jetzt nicht da? Die brauche ich doch für den Kampf. Wie blöd ist das denn? Jetzt soll ich das Ganze mit neun Schuss machen, oder was? Ach nee, hier sind ja 70 Schuss. Never mind. Autsch. Au. What? Autsch. What? They get good off. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Das war's für heute. Viel mehr kann man doch schon gar nicht mehr treffen. Nein! Ist das blöd, diese Heilungskacke dann. Ich wette, da gab es auch einen Shortcut für. Man erwartet bestimmte Ereignisse, die dann aber eben nicht oder verspätet eintreten. Ja, das stimmt. Ja, da muss ich dir recht geben. Oder da gebe ich dir gerne recht. Aber ich glaube eigentlich, dass ich hier das schon richtig spiele. Ich darf halt nur nicht ständig draufgehen, wenn ich heile. Jesus. Man darf nicht in eine Kombo von ihm kommen. Vielleicht teile ich mich einfach einmal vorher. Kann ich das vielleicht hier drauf machen? Nee. Hm. Ja, ich halte es mal offen. Vielleicht geht es ja, wenn man Schaden genommen hat. Und hier war auch noch irgendwo... Ja. 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 Es ist immer noch Rad nicht so stehen. Geht nicht. Okay, das war bestimmt knapp. 20 Yes Die Monster You don't belong in this world Das war ein Castlevania Zitat Jetzt schwebt die ihm ein bisschen Game over da Game over da Drück schon ab Ja Könnt ihr jetzt alles lesen? Ja Chris Redfield sieht echt alt aus im Vergleich zu den ersten Teilen Da war die Familie Baker wieder Noch einer weniger Oh, ein Anruf Den Anruf nehmen wir wohl erst in Resident Evil 8 entgegen Oder In dem nächsten DLC Danke, danke Danke, danke schön Sechs von zehn Sechs von zehn Antike Münzen gefunden Zehn Neuversuche Knapp zwei Stunden Inventarbox Firma geöffnet Acht Teilobjekte verwendet Einstabilisierer Einsteroid Uh Hat man Thor's Hammer Visier B freigeschaltet Aber ich glaube Das müssen wir nicht noch auf Profi durchspielen Ich wette, da gibt's kein anderes Ende Oh, da hätte er doch Das war doch eine geile Nummer So, jetzt nochmal als Speedrun Es wurde eben angesagt, dass die Sauerstoffversorgungsstation bereit wäre Also hättest du das nicht in eins durchrocken müssen, wenn ich das richtig mitbekommen habe Ah, na gut, hat ja zum Glück trotzdem geklappt Ja, mach's gut Alex Schön, dass du zugeguckt hast Ähm Ich zeig nur noch kurz Hier Zusatzinhalte Das nächste Mal Zoe's Ende Einige Wochen nach den Ereignissen von Kein Held Ist eine neue Gefahr aufgetaucht Joe Baker Jacks Bruder Muss sich dieser Gefahr mit bloßen Fäusten stellen Und dem Leiden seiner Familie ein für allemal ein Ende setzen Tja, da bin ich schon sehr gespannt Das gibt's das nächste Mal Bei VR statt RL Ach, jetzt gibt's erstmal wieder durchgeschwitzte Haare Dafür schaltet ihr ja eigentlich nur ein Aber das war doch ganz cool, muss ich sagen Sehr schönes Addon Wenn man jetzt noch bedenkt Äh Da komm ich zum Hairlight, genau richtig Sehr schön, Michael Ja, du kommst quasi gerade richtig Wir haben gerade das erste Addon durchgespielt War super, cool Sehr cool auf jeden Fall Sagt Nema Und durchgeschwitzt bist du auch Also muss es sich gelohnt haben Ja, ich will tatsächlich offline gehen Und nächste Woche machen wir dann wahrscheinlich das Ende Ich weiß nicht, ob das End of Zoe länger ist als jetzt dieses erste Dieser erste DLC Aber der war auf jeden Fall sehr vielversprechend Ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht Ich hoffe, ihr seid dann wieder alle mit dabei Wenn ihr das später auf YouTube gesehen haben solltet Lasst gerne ein Abo da Wir sind kurz vor 1000 Subscribern Das wäre ein großer Erfolg für den Kanal Wenn ich da über die Tausender-Schwelle käme Sagt gerne euren Freunden Bescheid Dass sie vielleicht ein Abo da lassen sollten Falls denen auch die Inhalte gefallen könnten Die wir hier produzieren Mit unserer schönen Community Gestern haben wir auch GTA 5 gespielt Das hat sehr viel Spaß gemacht Wir spielen Half-Life Deathmatch bestimmt bald auch mal wieder Das war ja wie früher Lahn Und VR statt RL wird auch immer weiter gehen Ich verabschiede mich von euch Vielen Dank nochmal an Minimi im Chat Dass er da aufgepasst hat Und bis zum nächsten Mal Vielen Dank auch Nehmer Und allen, die gecheert haben Und in den Chat reingesprochen haben Für den Support des Kanals Das ist sehr, sehr gern gesehen Und hilft natürlich auch Damit wir hier weiter vorwärts kommen Bei meinem Equipment-Kram Ihr wisst ja, ich kaufe immer groß ein Und dann verteile ich danach Die kleinen Happen wieder in die großen Lücken In die Roben Die durchlöcherten Roben Und bloß mit Gute Nacht Macht's gut Und dann ist es Und dann wird das